Was machst du jetzt damit? Ich bin mit der Hase. Ich bin mit der Hase. Ich bin mit der Hase. Wie sind das Souvenir? Flöhe. Kommt sofort. Da ist man abgefahren, Leute. Er ist gut. Er ist für mich. Ich bin mit der Mauer. Ich bin mit der Mauer. Ich bin mit der Mauer. Das ist die Läden. Willkommen aus dem Resten. Ah, jawoll. Das war wohl nicht früher. Alleine, mit der Leine. Wir sind überhaupt nicht geflogen. Schwarz, rot, gold. Die anderen haben sich gehängt. Der Rote ist übrig geblieben. Danke! Da können wir ja die anderen auch hochlassen. Ja, also... Moment. Wir müssen den Rennen finden. Auch hier im Auto halten. Halt mal auf! Ihr kreuzt die Leine! Vorsicht! Vorsicht! Sagen wir mal, ist der Tobias auch da? Ja! 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 Der Winkel ist ein bisschen weiter hinten. Ja! Ja!